Ein Schatz, der darauf wartet, mit seiner Tierwelt und Natur entdeckt zu werden. Der Jojakdere Nationalpark. Durch Zedernwälder erreicht, bietet der Park eine großartige Route für diejenigen, die die Natur kennenlernen möchten. Ein unverzichtbares Erlebnis für Entdecker, die in einer üppig grünen Umgebung nach kühler Luft suchen. Mit seiner einzigartigen Natur, Jojakdere Naturpark. Untertitelung des ZDF, 2020